so und ich melde mich mal wieder ich gehe mal hier auf dem podest wo befinde ich mich jetzt ganz einfach man kann ich es sehen überall hier 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 eine luke da drüben sind noch luken und zwei solche lüftungsschächte und hier zwei und hier drunter jetzt auch rein und da drüben ist ein eingang mit zum wasser aber man kommt da leider nicht weiter so das hier was wir hier sehen ist eine bunker anlage aus dem weltkrieg die führt direkt hier drunter entlang eine richtige bunker anlage für da rein zu kommen versuche ich einen verantwortlichen zu finden der sein dreikant hat so ein groß dreikant hat um da mal rein zu kommen und ja und ansonsten schau mal schaue ich mich einfach mal weiter um und wir können ja auch kann man den opex elektronik wirklich ein bunker sein könnte denn wir können ja mal was testen leute opex elektronik geht aber jetzt müsst ihr alle gut zuhören das was ihr da seht ist eine bunker anlage da unten das da unten was ihr da seht ist boden ein bisschen lauter oliva 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 Ist das nicht geil? Leute, hört man ja richtig, wie es heilt. Wie das heilt da unten. Unglaublich, oder? Auf, auf, erneuers. Auf, erneuers. Suck. 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 Amen. 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 Bunker. Oliver. 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 Achtung, Achtung, hier spricht das Saber-Fahrer, hier unten ist der Zugang zur Hürde, jeder weg, was jetzt muss ich glauben, wenn ich ruhig bin. Aha, Oliver! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mach hier auf! Nein! Dann bleibt ja kein anderer Wart. Schlag doch, Adam! Such dir doch den Weg! Schick! Aha! Was? Was? Aha! Riebst du das? Ja! Aha! Ich warte auf dich. Ich komme am Sonntag zur Meischenhöhe und warte schon da. Ja, ja. Ich warte da im Eck. Okay. Dein komisches Getüte da unten ziehe ich den Stecker. Versuch's doch! Versuch's doch! Es ist immer noch dein Strom, als du versuchst du nicht. Bist du bereit, den Oliver aufzusuchen? Du bist immer noch ein Strom und dich. Guck mal, um! Du bist immer noch ein Strom! Das kann sein, was du versuchst! Ja, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Und jetzt? Ach, das hätten wir ja erwarten können. Oh, oh. Das habe ich gehört. Ah, und ab, ran, und an, und an, aha. Ah, ist das so? Ah, aha. 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 Ah. Amen. Das habe ich gehört. Zack. Ja, ja. Zack. Ja, der, wo da unten sitzt. Was war das? Tö. Ja, ja. Ruf nur an, du. Ruf Liga-Helfer-Fahrer. Was? Ja, das sind die Gehörig. Ich werde die Gehörig. Ruf Liga-Helfer-Fahrer. Ruf Liga-Helfer-Fahrer. Das war's. Aha. Danke. Meine Frau und Frau Beben finden Sie sich bitte an Ihr Frau Personal. Des Weiteren möchten wir uns für die bei Ihnen entstandenen Unabhängigkeiten entschuldigen und wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt. Bitte beachten Sie beim Ausstieg die Ansage an den jeweiligen Ballen. Danke, dass Sie mit uns gefahren sind. 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 Aha. Nein, hast du Angst? Nein, ich komme runter. Hör doch mal. Ich will ja, dass du runterkommst. Hör doch nicht auf. Das ist total krass. Und irgendwann gehe ich dann runter. Ich will ja, dass du runterkommst. Ich will ja, dass du runterkommst.